Seite, Winkel, Seite. Angenommen, wir haben gegeben, A ist 5 cm, Gamma ist 70 Grad und B ist 8 cm. Achtet genau darauf, was ich sage, denn das ist direkt die Konstruktionsbeschreibung. Ich zeichne die Strecke AC mit B gleich 8 cm. Ich trage in C den Winkel Gamma gleich 70 Grad an. Ich schlage um C einen Kreisbogen mit dem Radius R gleich A gleich 5 cm. Der Schnittpunkt des Kreisbogens mit dem freien Schenkel ist B. Ich verbinde A mit B. Das Dreieck ABC ist komplett.